Hey und Willkommen zu einer neuen Runde Kursgabe auf meinem Kanal. Und ja, hey Leute, haben wir mal dort eine ganze Runde Kursgabe im Dialekt, weil es viele einfach gewünscht haben in den Comments und generell einfach im Stream oder so, dass ihr mal einfach in Österreichisch reden sollt. Und mit dem Video werde ich wahrscheinlich endlich mal das Video haben, dass ich jetzt mal Österreichisch gehört habe, damit es ihr mal so sieht. Und ich hoffe, ich verstehe mir einfach so häufig, dass ich dafür ein Dialekt laber, weil kann das sein, dass es viel nicht versteht und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Comments schreiben könntet. Also ich finde eigentlich, sollte man eigentlich alles verstehen. Wenn man jetzt Deutsch kann, dann sollte man das eigentlich verstehen. Glaube ich zumindest. Kann auch daran liegen, dass ich einfach Österreichisch bin und das einfach verstehe. Keine Ahnung. Kommt der Hammer. Nice. Bin ich schon zweimal so dumm verreckt und heute in der Früh, habe ich eigentlich schon aufgenommen gehabt, so in Österreichisch. Aber dann ist die Faceplot früh wieder und dann habe ich die Aufnahme an den Nimmern können, weil dann irgendwie, kann man es dann nicht öffnen und dann ist da ein Problem, bei der Datei und die ist bestätigt. Und dann kann man nichts mehr machen. Jetzt sind ja auch jetzt neue Deathmatch-Arenen, oder beziehungsweise eure Deathmatch-Arenen. In Kurs geht wieder da. So hast du wahrscheinlich weniger Trier da. Und weniger Deathmatch für die Austime. Denn bei den Maps kann man einfach jeder random austeilen lassen. Das geht einfach nicht. So, ich mache mal den Typ jetzt. Das sollte eigentlich laut sein, weil ich ihn gerade richtig geworfen habe. Komm jetzt ja noch. Oh Rap, er kommt weg. Nein, er kommt nicht weg. Komm jetzt. Nice. Und der andere kommt. Und den Romano. Nice, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. Cool, let's get it. Cool, let's get it.